Wir haben miteinander doch eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Die Ergebnisse zeigen es ja auch und darüber sollten wir reden. Wir sollten den Menschen sagen, wir sind genau auf dem Weg, das zu tun, was die allermeisten auch wünschen, dass die Zuwanderung klar reduziert wird, dass wir diejenigen, die nicht bleiben dürfen, zurückschicken. Darüber müssen wir reden. Untertitelung des ZDF, 2020